Am Hohen Staufen Gymnasium in Göppingen wurde am Donnerstag gerappt. Im Rahmen des Modellprogramms Kulturagent für kreative Schulen haben zwei Rapper dort die 7b besucht, um der Klasse ihre Musikrichtung näher zu bringen. Wir machen heute einen Rap-Workshop, Rap-Balladen mit Toba Borke und Phil, Aka Philipp Scheibel. Das sind zwei berühmte Baden-Württemberger Rapper aus Stuttgart und unsere Kulturgruppe hier hat mit den Schülern zusammen entschieden, dass sie gerne rappen wollen, dass sie auch Beatboxen wollen und das im Deutschunterricht sozusagen, also dass Themen des Deutschunterrichts mit Künstlern spannend neu interpretiert und erschlossen werden. Nicht nur deutsche Literatur wurde zum Rap umgewandelt. Die Rapper geben ihr Wissen auch an die Schüler weiter. Die haben dann eigene kleine Raps geschrieben. Der Philipp und ich, wir sind ein Team, wir improvisieren sehr viel, er macht Beatbox, ich mache Rap, auch da sehr viel Freestyle. Und was wir jetzt machen, ist in heilsamer Strukturlosigkeit ein bisschen Kreativprozesse anschubsen und eben die Kids zum Schreiben bewegen und auch zum Beatboxen und zu versuchen, ein bisschen Funk in den Schulalltag zu bringen. Der Rap-Workshop sollte den Schülern aber nicht nur einen Einblick ins Rappen geben und den Unterricht abwechslungsreicher gestalten. Die Schüler lernten auch einiges über sich selbst kennen. Die sollen einerseits sich selbst ausdrücken können, die sollen kreativ sein, die sollen sehen, dass es auch gefragt ist, eigenartig zu sein, eigene Kompetenzen zu haben, die vielleicht in der Schule sonst gar nicht abgefragt werden. Sie sollen im Prinzip gefördert werden, indem sie Freiräume bekommen. Sie dürfen ihre eigenen Texte formulieren, aber in einem geschützten Rahmen und sie bekommen Skills. Also sie lernen jetzt und wir noch am Rande eben, wie man Beatboxt und wie man rhythmischen Text vorträgt. Am Freitag geht der Workshop dann weiter. Die fertigen Raps wird die 7B dann um 18 Uhr vortragen und dazu Beatboxen. Jeder, der sich selbst darüber ein Bild von den erarbeiteten Werken machen will, ist dazu recht herzlich in den Musiksaal des Hohen Staufen Gymnasiums eingeladen.